So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich zeige euch heute, wie man bei den F-Serien von BMW den Service zurückstellt. Und zwar geht es hier heute um den Motoröl-Service. Das funktioniert ganz einfach. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie die Service-Meldung aussieht, wenn man den Service bereits überschritten hat. Wir können auch einmal kurz ins iDrive-System reingucken, wie der Status des Fahrzeugs aktuell ist. Dafür machen wir einfach die Zündung an, gehen im Prinzip über die Menü-Taste ins Menü, gehen in die Fahrzeuginfo, gehen auf den Fahrzeugstatus und gucken einmal den Servicebedarf des Fahrzeugs. So, und wir sehen, wir brauchen einmal Motoröl und Fahrzeug-Check. So, den Reset können wir recht einfach zurücksetzen. Dafür machen wir die Zündung einfach mal wieder an. Jetzt zeichnen wir uns das halt natürlich nochmal an. Einmal wegklicken. Und jetzt drücken wir hier die Taste einmal lang, bis das Menü umspringt. So, jetzt steht hier Reset durchführbar. Wir drücken die Taste wieder einmal lang. Jetzt fragt er uns, ob wir den wirklich durchführen wollen. Und wir drücken noch einmal lang. Und halten die Taste fest. Der Reset läuft jetzt gerade. Und der Reset ist erfolgreich. Der nächste Ölwechsel ist in 20.000 Kilometern oder in zwei Jahren. Jetzt hat uns gerade mal kurz den Fahrzeug-Check angezeigt. Der ist jetzt auch rückstellbar, weil wir den Motoröl-Service zurückgesetzt haben. Deswegen gehen wir jetzt wieder in das Reset-Menü rein. So, und machen hier jetzt das gleiche Spiel nochmal. Der Reset läuft. Wir halten die Taste. Und wir sind mit dem Reset erfolgreich. Der nächste Fahrzeug-Check ist 2023 oder nach 40.000 Kilometern.